Was die wieder hat, so schlimm wie sie es tut, bin ich da gar nicht. Ach so, ja. Oder was meinen ein Tee, ja? Den Tee kommen wir weg mit dem Tee, das ist meine sechste Halbe. Moment mal, bitte runter vom Gas, ja. Ich mein, ich bin der Letzte, der kein Verständnis dafür hat. Aber meine Schwiegertochter, die meint ganz ehrlich und ganz gut, leg mich doch am Marsch. So ein Luder, aber mutig bist du schon. Der passt gerade auf Franzi ab. Ich bin ja der Held der Serie. Du Sau. Jetzt gib uns noch ein bisschen Zeit. Das schafft der Herbert schon. Sie hat ja deine Gene. Komm her, Mausel. Weg ist sie. Hau mich mal da drauf so richtig. Richtig, mach mal richtig. Ja, noch mal, noch mal, noch mal. Jetzt übertreibst du aber. Mal volle Kanne. Jetzt. Ja, gut, gut. Vielleicht. Aber als drei quasi vorgesehen. Bin jetzt ein Schrocker. Hast du bitte g'sagt? Und bitte. Danke. Reicht das? Passt schon. Roland, wie soll ich denn die Gäste begrüßen ohne Kleid? Soll ich die Leute wieder heimschicken? Was die wieder heimschicken hat, so schlimm für sie alle wie du, bin ich da gar nicht. Ja. Ach so, ja. Oder was mein er? Ja. Die, ja. Die, ja. Die, ja. Die, ja. Die, ja. Das ist meine 6,5. Moment mal. Also, bitte runter vom Gas, ja? Ich mein, ich bin der Letzte, der kein Verständnis dafür hat. Aha. Aber meine Schwiegertochter, die meint's ...